ja hallo meine lieben katoschkas willkommen zu einer neuen experiment subjek 03 bis hier ist unterrichtsfach 03 genau wo wir euch nichts belehren doch ja in dieser folge ja könnt ihr euch schon denken was wir machen wie kate und so schauen wir mal ob die caitlin ult mich verfolgt ja tut sie sowieso ja egal ja ich werde das ganze jetzt verschneller und wir sehen uns dann wenn wir level 6 so jetzt hat ich bin in der bay oh shit ich port mich schlecht weg macht wie ich hab den wenig gekickt mit bieters an spannen mir schmerzen zu bereiten naja ok port dich 3 2 ich weiß Nein, jetzt... Verdammt! Oh geil... Hotze... Hotze... Oh... Oh... Okay... Hotze... Ok... Hotze... Ich mach schnell den Hotze kaputt... Alter, lass die Scheiße! Ok... So... Ja, kann sich poden... Osnach! Ja, mach ich ja! Ich will mein Leben, Alter! Oh! Bisschen warten. Ich sag, die Ulti war bei mir auf jeden Fall. Gott, ich... Ist doch ein bisschen... Du von dir... Wie du lebst noch? Oh, Leute! Na ja, Leute, das funktioniert auf jeden Fall nicht! Doch, komm, one more try! Ja, okay. Auf mein Telepot ja auch noch! Alter! Ja, schau! Wenn wir schon auf deinen Telepot warten müssen, kann ich dich doch killen! Alter! Auslegen, Alter! Mach doch! Alter! Warte, warte! Okay. Jetzt. Jetzt. Schnauze, Alter! Komm, mach! Oh! Ich hab ihn nicht mal in der Base gesehen, den Schuss! Komm, der fliegt gleich! Also lass das! Okay! Der Ulti kommt anscheinend nicht back! Aber wir wissen, dass sie... auf jeden Fall von hier... zum Base kann! Äh, zu meiner Base halt! Shit, Jukes! Shit, Jukes! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Tschüss! Ja, wir sind jetzt nicht mehr! Vorher ging dies... Also dann schnell rausgepeached! Jetzt. Ja, wir sind nicht nie gefeiert... Jetzt... Ich verbele dich, aber... Vielen Dank.